Ich sehe alles optimistisch. Sie müssen es tun, sonst würden sie verrückt werden. Wie siehst du die Dinge? Bist du ein Optimist? Es ist besser, eine Brücke als eine Mauer zu bauen. Öffnest du dich der Welt oder verschließt du dich noch? Er ist schon seit vielen Jahren tot, aber ich versuche immer noch, ihn zu beeindrucken. Das gab mir meinen Impuls. Schau mich an, Papa. Ich war erfolgreich. Was ist dein Antrieb zur Zeit? Ich werde für die Menschenrechte kämpfen, entweder stumm hinter den Kulissen oder lauthals eingesperrt sein. Ich kann mich nicht einfach setzen. Es liegt nicht in meiner Natur. Ich kann mich nicht setzen und es blind ignorieren. Und ich werde es nicht tun. Für was kämpfst du? Und auf welche Art? Lebe jede Sekunde, ohne zu zögern. Genießt du dein Leben und ergreifst du deine Chancen? Geist da! Scheine. Untertitelung des ZDF, 2020